Hallo Leute, ich mach mal das Fenster zu. Hallo Leute, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Ein Loop Zwischendurch. Und hier bin ich auch nochmal per Voice-Over. Heute gibt es eine ganz spezielle Ausgabe von Ein Loop Zwischendurch. Und zwar sitze ich hier mit Finda, Johanna und Bruno, drei neuen und freshen Talents, die ich gemeinsam mit dem O2 Featuring You Instagram-Kanal entdeckt habe. Sie haben sich gegenüber 100 Bewerber durchgesetzt und waren Teil eines Talent Camps, wo drei weitere Coaches und ich mit ihnen an ihren Skills gearbeitet haben. Und ganz exklusiv, sozusagen eine Weltpremiere, gibt es diese jungen Talents jetzt für euch aufs Ohr und aufs Auge. Wenn ihr davon mehr sehen und vor allem hören wollt, dann folgt uns auf Instagram mal und vor allem O2 Featuring You, da werde ich noch ein Stückchen länger mit von der Partie sein. Aber jetzt gibt es erstmal die Loop-Version von Der Gang. Und nun, Ladies und Gentle Boys, begrüßen Sie am Mikrofon Finda. Sie hat gesagt, sie ist gerade, sie hat gesagt, sie ist schief, fahr ihr nicht in die Parade, mit ihr willst du keinen Biest. Ihr Style ist Vorstadt, keiner weiß, was sie vorhat. Lass sie nicht wissen, wann du gehst und wann du wieder auf der Matte stehst. Schau sie nicht zu lange an, sie ist die Schöne und das Biest. Schau sie, tut, was sie kann und du glaubst nicht, was du siehst. Was hat sie, mein Hirn weich drauf, ich sag's dir, du kommst nicht drauf. Was kann es sein, was kann es sein, ich sag's dir, was soll ich. Es ist der Gang, der Gang, alles klar. Es ist der Gang, ja, der Gang. Und jetzt zuhör an, wir gehen. Ich steh am Fenster, war gerade beim Friseur. Ich zieh mein Seidenhemd an und durch die ganze Stadt zieht ihr Odeur. Jesus Christ, Superstar, warum ist sie so wunderbar? Komm, hilf mir, sonst passiert noch ein Malheur. Die Luft ist elektrisiert, alles richtet sich auf sie. Mein ganzer Körper friert, so hart war mir noch nie. Sie geht an mir vorbei, wer bist du? Und ich krieg den Mund nicht zu, reiß dich zusammen. Sie steht in Flammen und geht genau wie sie. Es ist der Gang, der Gang. Alles klar, es ist der Gang. Ja, der Gang. Ich geh mit ihr, ich geh den Gang. Alle haben die Schuhe an, denn heute wird zu Fuß gegangen. Wir könnten gleich die Bude an, es ist der Gang. Kommt alle mit, wir gehen den Gang. Alle haben die Schuhe an, denn heute wird zu Fuß gegangen. Wir könnten gleich die Bude an, es ist der Gang. Okay Bruno, let's go. Hit me. Lauf ich durch die Straßen, nacht ich sehr auf meinen Gang. Kopf nach oben, Brust gehoben, Oberkörperschrank. Oberkörperschrank. Alle 15 Schritte, dann ein kleiner Schritt nach rechts. Kleiner Slide, Drehung links. Alles ist perfekt. Doch heute ist kein normaler Tag, denn heute geh ich's an. Nehme meine Mut zusammen und sprech sie einfach an. Das ist doch wahnsinnig. Und jetzt alle. Alle haben die Schuhe an, denn heute wird zu Fuß gegangen. Wir zünden gleich die Bude an, es ist der Gang. Alle haben die Schuhe an, denn heute wird zu Fuß gegangen. Wir zünden gleich die Bude an, es ist der Gang. Alle haben die Schuhe an, denn heute wird zu Fuß gegangen Wir zünden euch die Bude an, das ist der Gang Alle haben die Schuhe an, denn heute wird zu Fuß gegangen Wir zünden euch die Bude an, das ist der Gang Ladies und Gentlemen, das hier sind die drei finalen Teilnehmer von O2 Featuring You Check den Instagram-Account von O2 Featuring You ab, es ist alles unten verlinkt Wir haben hier Finder, Bruno und Johanna Herzlichen Glückwunsch nochmal für diesen tollen Moment, hier ist der Gang Zuckersüß, O2 Featuring You auf Instagram Alle haben die Schuhe an, denn heute wird zu Fuß gegangen Wir zünden euch die Bude an, das ist der Gang Das ist der Gang, hey! Alle haben die Schuhe an, denn heute wird zu Fuß gegangen Wir zünden euch die Bude an, das ist der Gang Es ist der Gang!